Das ist die Frage, wofür ich... Ich habe mir keinen Powder genommen und weiß nicht, wofür ich es brauche. Das ist... was soll ich dazu sagen? Am besten gar nichts, sonst kriege ich Ärger. Eins, zwei, drei... Und wir haben ein komplettes Essenfeld, das jetzt gepflanzt und abgeerntet wird. Nice. Fünf mal fünf. Sehr cool. Ja, siehste, ich sorg mich um euch. Ich siebe, okay. Ich sorge für die Gemeinschaft. Jetzt bin ich verwirrt. Wann bist du das mal nicht? Stimmt auch wieder. Äh, das dauert rein. Die kommt dort rein. Wir können... 4 Stacks für einen und ich brauche 27 davon. Ich habe sogar einen Mobkiller gecraftet. Einen Wundenkiller. Äh, ich glaube da... Wir können dann erst messen. Okay, bis dann. Da könnten wir sogar... Das ist keine Ordnung in den Küsten. Was machst denn du die ganze Zeit, Cassie? Ich brauche automatisch zu 7, indem ich mein Handy auf meine Maus mache, aber irgendwie... Äh, da gibt's einen anderen Lifehack. Ne, ich hab... Das geht jetzt auch so gut. Ich bin jetzt zu faul, da irgendwas umzustellen. Tastenbelegen, einfach bis umändern. Dann überschreibe ich irgendwas, das ich nicht überschreiben möchte. Dann kriege ich es nicht wieder zurück und dann habe ich das Pech. Ich... Ich lasse es lieber. Okay. Tastenbelegen, einfach mal. Jep, 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 jep. Ey, aber... Mein Schatzi ist weg, jetzt kann man so richtig hardcore flirten. Na meine Süße, wie geht's dir? Ich sag da jetzt mal nichts dazu Ich möchte, nein Zu spät, wir haben schon angefangen Seitdem der Server gestartet hat Hilfe Weg, ne? Was macht die Kunst der Liebe bei dir? Erzähl mal Äh Ist Aufnahme gerade an? Jo Ne Na, liebst du immer noch den Kuscheltier Oder liebst du jetzt mittlerweile den Kopfkissen Was ich Durchaus am meisten liebe Das Essen Genau Oder ohne Zahn Oh, ohne Zahn Ich mag lieber Ich möchte einen Drachen haben Ich mag lieber mit Zahn Weil sonst fällt das Essen schwer Du kannst es fürieren Jetzt, ähm Weiß nicht Eventuell noch genauso gut Oder auch nicht Ja, ich muss den auch noch gucken Mit meinen Kindern Äh Ja Gut Ich könnte es hinbekommen Dass meine Eltern Uns zulegen Was ist ein Drachen? Oder ein Hund Ein Hund Ist in Planung Ich muss mal mit deinen Eltern reden Ne, das darf nicht Nein, nein, nein Doch Doch Nein Ich habe es endlich fast geschafft Doch Das ist ein Kleine Mädchen unter 1,60 Dürfen keine Hunde haben Ey Ich will eventuell schon 1,61 Wenn die Berechnungen einer Freundin von mir richtig sind Okay Äh Was ist denn das hier? Unschuldig Ich bin am 7 Ja, komischerweise Das sind deine Steine Die du hier verlierst Hä? Hier auf der Kiste war einer Hier oben war einer platziert Hä? Guck dir mal So was ist doch viel besser Ist das ein Baby Guck mal rein Wie süß Come on Wie süß Und 1,2,3,4,5,6,7,8 Oh, wo hast du die alle her? Die machst du aus einer normalen Kiste Ich darf dafür normale Kisten verpassen Wow Oh Ah Kleine Werf wieder her Ich habe sie Werf wieder her Sonst kann ich keine Na Cassie Cassie Cassie, du stirbst Oh nein Oh ja Noch weiter Ich habe sie dir Wiedergegeben Also Ich helfe dir Ich helfe dir Beim ins Haus kommen Ich habe dich mit einem Sapling vermöbelt Ja Das ist gesund Hinter dir Na Ich sammle Deine Möhne Ein So Jetzt habe ich wieder Eine große Mama Kiste Edge Sag mal Oh Gottchen Warum ist hier Grünzeug drin Und da Grünzeug Nee Nee Das hat alles Eine Logik Oder irgendjemand von euch Hat irgendwas Falsche Einsortiert Hier unten Die Seeds Waren ja schon Drinnen Ja Nein Die Seeds Sind da Ja Aber die Zuckerrohr Und die Sepplings Kommen nicht Da rein Da waren aber die Sepplings Schon lange Drinnen Da bin ich Nicht für Verantwortlich Ich wollte Irgendwas Machen Ey Na Süße Wie sieht es Aus Wir sind Ganz allein Hier Ich bin dann mal Weg Ich gehe zu den Andern Und stalke die Okay Okay der eine Ist anscheinend Gerade Doch nicht Hi Antwortet mir Nicht Tja Bei mir wärst du Besser Aufgehoben Aber wer nicht Will Du willst doch nicht Wirklich Sissi Fremdgehen Aber wer nicht Will der hat Schon Ich würde Ich würde Doch niemals Fremdgehen Nein Na warum Sollte ich Hier Cassie Du stellst Mich Gerade Hin Ich komme Nicht An Die Was ist Los Kommst Du Nicht Mehr Rein Also Ich Komm Rein Schön Schön für dich Hast du mich Ernsthaft Ausgesperrt Ist das dein Herz So jetzt Versuch mal Rauszukommen Oh shit Ich hätte draußen Bleiben sollen Versuch mal Jetzt wirst du Rauszuklobe Rauszukommen Können Ja Wow Ist das ein Automatisches Sieb Ja Wir brauchen Nur Strom Beziehungsweise Ich könnte Das auch schon Unten Anschließen Ich Idiot Wo Da ist es Na wir Haben doch Unten Strom Den Stern Stimmt Ich Haste Diesen Stern Ganz Ehrlich Warum Weil der Mich Jedes Mal Anzieht Der Zieht Mich Jedes Mal An Der Lässt Mich Nicht Arbeiten Der Arsch Alles Deine Schuld Wegen Dir Sitz Mal Hier Am Übrigen Fest Hey Was habe Ich Denn Wolltest Unbedingt Mondkäse Naschen Stimmt Da war Ja Mal Was Wirklich Sehr Lecker Muss Ich Sagen Ach Hast du Schon Gegessen Ja Nö Also Ich Wüsste Da Bestimmt Jemand Der Hat Bestimmt Ein Bisschen Käse Auf Vorrat Angesammelt In Seinen Socken Yo Ich Werd Jetzt Keinen Abenden Und Du Scheiße Die Aufnahme Da muss ich Die mittendrin Schneiden Ist Jetzt Schon Sechsten Zwanzig Minuten An Scheiße Gorni Darauf Geachtet Tja Alles Deine Schuld Du Misch Mal Ablenkst Weil Du Mir Annoncen Machst Ich Könnte Ja Mit Dir Weil Wir Alleine Sind Und So Jaja Muss man ausnutzen Okay Baby Wow Also ich muss sagen Dass mein Handy ein echt guter Mausbesperrer ist Oder wenn man das nennen soll Ähm Ja Irgendwo Ohje Guck dir das an Siehst du das vor dir Nö Aber Da du ja so frech bist Ich werfe dir um anderthalb Stacks zu Ich muss Sowieso Ich kann das Schon zugucken Ich muss nur irgendeine andere Beschäftigung finden Währenddessen Ähm Das werde ich jetzt Nicht erzählen Ich habe schon wieder Pipi in die Augen Hatte jemand Erde geklaut bei uns Nö Ähm Hm Warum geht hier nichts mehr weiter Doch hier war mal einer aktiv und hat Erde geklaut bei uns Bei der Baumform hat auch Erde gefehlt Oh So Ich müsste mal was essen hier Dann ess was Mache ich jetzt auch Ich habe ja Brot im Inventar gehabt Eins Reicht Ähm Und wie geht es dem automatischen Sieb da unten Ich habe es im Inventar Wow Ich muss erst mal eine Möglichkeit finden Wie äh Hier Ich brauche bloß Transfernotes Achso Cleanstone Ernsthaft Ich habe alles verkraftet Fällt denn die ein Du weißt doch 9 von 10 finden Mobbing klasse Und warum ist es jetzt hier oben an der Decke ein Stein und da oben an der Decke Also Cassie Ich werfe dir die immer wieder zu Ich möchte doch nur meine Arbeit verschnellern Aber nicht wenn du Steine irgendwann die Decke setzen Du willst Doch das Das hilft aber auch Hundertprozentig Nein das glaube ich nicht Die tarnen sich dann so an unsere Base und dann erkennt niemand was Warum funktioniert alles gut Ich bin gerade selbst wieder verwirrt Ja das bist du dauerhaft irgendwie Ja Ich leide immer noch unter Schlafmangel Du bist ja doof Warum Weil ich nicht schlafen kann Warum kannst du nicht schlafen Ja nun Schon mal mit einem Glas Wein versucht abends Oder ein Bier Das hilft zum Beispiel auch Nein habe ich tatsächlich Ich glaube nicht Ein schönes Bier am Abend Also Je nachdem Musst du selbst entscheiden Ob es kalt oder warm 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 trinkt man aber Glaubt nur Wenn man erkältet ist Hey bin ich ja Du bist ja sowieso dauerhaft krank Ja das stimmt auch wieder Mein Immunsystem ist wirklich am Arsch Am oder im Ich weiß es nicht Komm Sissi wechselt schon wieder Uns Niveau Um 100% gesunken Ja ist doch aber gut so Wäre ja langweilig Wenn nun immer alles gleich wäre Das stimmt Aber sie muss es ja nicht wissen Reicht ja aus wenn sie später mal in den Krögen sieht Ja Ich fühle mich von meiner Nachbarin gestorgt Ich sollte vielleicht mal den Rollladen runter machen Wäre angebracht Ähm Hallo Dafür müsste ich aufstehen Dafür bin ich zu faul Ach nö Gib mir die Kiste wieder Und dieser Stern Und dieser Stern Der mobbt mich ohne Ende Das Sief läuft Das Sief läuft Aber nur sehr sehr langsam Okay nochmal abbauen Ach hier Ich habe es nochmal abgebaut Ich will das noch ein bisschen besser machen Dass ich nicht so viele Leitungen verbrauche Allerdings brauche ich dazu eine Spitzhacke Ähm 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 Cassie 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 Ich brauche eine Spitzhacke Ja Habe ich nicht Bau mir mal eine Ich bin deine Ich bin ja nicht dein Diener Alter Boah Alter Wirst du bloß Weil ich Eben ja älter bin Als du Ja gut Ja jetzt Überleg mal Habe ich gesagt Du hast mir nicht zugehört Bei der Aussage Das ist sehr gut Ich habe es nicht mehr Ach Cassie Nimm es nicht so tragisch Lass mich raus Du verköpter Stern Lachst du mich gerade ernsthaft aus? Nein Ich doch nicht Das würde ich niemals tun Uiua Sagen sie alle Und dann sind sie schwanger auf einmal Ja gut Jetzt Ich hasse diesen Stern Ich seh nicht die ganze Zeit Söne ich da unten durch die Gegend laufen Was ist jetzt da unten? Sande Der Stern klaut mir vor allem Über die ganzen Ressourcen Die ich abbaue Das ist voll der Arsch Immer diese Sterne Echt Und durch die Anziehung Kommst du nicht mal wirklich richtig Irgendwo aus dem Loch raus Ey das ist fies Das ist Das Ne Das ist Jetzt lass Jetzt grabe ich mir hier Ganz lange Scheißegal Ey So jetzt bin ich schnell Ha Wow Äh Warte mal Hör ich das jetzt Just amazing Doch So So Lach nicht Ich darf so viel lachen Wie ich möchte Wer sagt das? Äh Ähm Meine Nachbarin Die stinkt Ja Äh Äh Warte mal Warte mal Mein Knie angehauen Haha Weil du mich auslachst So Einmal rein Läuft der Sieb durch Ist er auch schneller? Äh ne Da müssen Upgrades rein Achso Und die kosten aber Bloß Diamanten Und das haben wir ja Aber ich will da unten Noch alles soweit zubauen Wir haben ja massiv Stonebricks Dank mir So Dann Farbe ich gleichzeitig Auch noch ein bisschen Stein Was ich durchsieben kann Hier Yay Was ist denn das Supi Du kannst alles runterbringen Also du musst es Nicht mehr da oben durchsieben Ich hab sowieso nichts Ja ok Äh Da rein Ähm Ich kann Na doch Alles gut Ich brauche eine Spitze Weg Ein doch haben wir Gehen wir noch eine Spitze Weg Das nicht So Genau Ähm Der Stein Weg So Ähm So Und so Aber irgendwie kommt Nicht draus Geht das noch? Hier draußen fliegt auch nichts rum Da geht auch nichts weg Eis ist reingekommen Was? Hih Nice na gut Dann muss ich jetzt noch die Upgrades machen Das mache ich aber in der nächsten Folge Äh Achso Der Sterne Ist so anstrengend Ja der nervt der Sterne Ernsthaft Du bist jetzt am Bild Für nur einen Gehst du bitte mal Ich mach grad das Bild Und du Callest mit rein Rockstar Dance Until I drop My life Is a party My home Is the club My stage Is the dance Your body Never Und du bist Und du bist Und du bist Und du bist Vielen Dank.